Und ja, ne Tüpferei wäre wirklich nicht schlecht. Ja gut, liefert du den Klumpen ab, dann wirst du Steinmetz erstmal, weil Stein wird knapp langsam, nämlich ganz so. Ihr macht mir erstmal das Haus fertig, bitte. Soll ich hier die fast vergessen? So, unser Fischer kann trainiert werden, gut. Hey, und wir haben den Bäckerberuf erfunden. Bei der hier wird mit Steinmetz und Töpfer genug beschäftigt sein und wir brauchen zwei Eisenarbeiter. Am besten wirklich einen, der nur einschmelzen, also abbauen und einschmelzen tut und einer, der die drei Schmieden betreiben tut. Das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Ja, du kannst da mal Schuster lernen, jetzt wo die Bäckerei läuft. So, wir haben ein Mädchen, das dann wahrscheinlich unseren Schusterjäger heiraten wird später. Oh, Nahrung wird arg knapp, sehe ich gerade. Wobei, hält sich noch einigermaßen. Wobei, hält sich noch einigermaßen. Hast du ihn daしょ? Oh, hast duкольchę. Wobei, hält dich gut? Ja, wie auch noch ganz, wer wie steht. Ja, wir arbeiten hier in So, die beiden sollten sich jetzt daran machen, hier das Zweifamilienhaus zu bauen. Während unser Schuster Schuhe herstellt, sehr gut. Ja, und wenn das Zweifamilienhaus fertig ist, mache ich meinen Holzfäller erstmal zum Werkzeugschreiner, damit er das lernt und dann wieder zum Holzfäller, dass er Holz fällt. Oh gut, das Holz für das Gebäude ist schon mal fertig. Hier oben ist leider noch kein Platz für ein Zweifamilienhaus. Ärgerlich. Ich könnte aber hier schon die Brauerei irgendwo hinstellen. Da ist jetzt zwar etwas weg vom Weizen, aber das ist nicht so schlimm. Aber ich brauche erstmal mehr Weizen. Das ist nicht so schlimm, das ist nicht so schlimm. hier in diesem bereich muss dann meine kaserne ja hier hier steilmesser wurde erfunden gut so du bist erfahren und kannst trainiert werden dass du das auch gleich mal du hast doch da drüben steine das nächste problem ist hier gibt es nicht so viele pilze wie ich es gern hätte das sind hier unten im wald eher pilze hier sind überhaupt keine na gut hier sind pilze hier werden ein paar pilze aber hier weiter drüben sind keine pilze mehr nur holz so die nahrung der bäckerei nimmt zu der schoß da liegt auch seine arbeit das zweifamilienhaus ist fertig das heißt ich kann euch mal umsiedeln das hier einreißen und einen töpfer hier hinsetzen das holz habt ihr da gerade gleich liegen jedenfalls zwei davon sie sucht nahrung da geht es einfach da oben hin ok wie sieht es bei dir aus du machst langsam fortschritte du holst hier holzwerkzeug das ist auch gut holt sich der müller allerdings auch nein er holt sich weizen ok ok jetzt können wir mal sehen was passiert wenn ein gebäude auf ressourcen gebaut wird also auf zeug das rumliegt die werden wahrscheinlich einfach verschwinden was allerdings auch nicht so schlimm ist jetzt oder es sind nämlich nur zwei holz ein leder da löst es sich in luft auf da löst es sich in luft auf du hast hunger du gehst jetzt noch essen du wirst wahrscheinlich den vorrat den wir gerade haben leer futtern ja 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 hier unten würde es doch pilze geben mal gucken du hast schuster gelernt sehr gut dann mach noch ein paar schuhe noch haben wir ja genug leder ich würde sagen sieben schuhe so du holst dem wahrscheinlich direkt irgendwo von hier wahrscheinlich den kleinen lehm klumpen oder so nein du bist nur müde ok so du bist erwachsen auch gut du hast den werkzeug schreiner erfunden und kannst trainiert werden auch noch so das heißt du musst nicht mehr da arbeiten sondern du bist wieder holzfäller dann können wir vielleicht später da den bogenmacher rein quetschen oder ein zweifamilienhaus wenn wir glück haben das ist doch schön wir die leute schuhe haben das ist auch schön wenn wir jetzt herstellen können joh